so hallo und herzlich willkommen bei einem etwas what the fuck einem etwas anderen spiel also das hier ist ein mod der einem das heißt roll the dice das ist ja du bekommst also es war bei jedem neuen live bekommst du etwas neues wie zum beispiel dass du zwei dinge hast zwei sachen wie die wiener war mega tank das kann so nicht weitergehen ich muss kurz reconnecten das spackt ja total rum bis gleich so dann bin ich wieder also ja ich zeige euch jetzt einfach die ladezeit weil wegen so also dieser mod der lässt jede runde also jedes mal wenn jedes neue leben rollt das den dice rollt es den würfel und dann hast du zum beispiel so etwas wie ich gerade hier kann da dann spastet halt dein blickfeld total mega ab das vorhin war anscheinend irgendwie ein bug dass ich da ouch gott ich sehe gar nichts verpisst euch so ich sehe schon ja es startet wieder zu fließt was so nahe ein das war das welt würde ich lägen sind ja mal gar nicht schön alt abartig das ist halt eher so wie man lägen ich habe irgendwie bekommen werde ich mich selber voll geflasht aber nein ja auch gott weil man sich wirklich wenn man dann stirbt weil das echt und teilweise nur saugt ja das hier ist halt ja so eine art sowie wohnen mit chamber oder so blödsinn halt hier ist das hier ist die version 2 des mords glaube ich ja dürfte sein und in der version 1 gab es was extrem episch cooles gar nichts gab es und zwar telekinese da hattest du praktisch ein sniper gewehr und so what the fuck ich war ein bisschen arke ich war ein also du hattest ein sniper gewehr ich glaube die intermission inter irgendwas klar wie heißt intervention und dort wo du hingeschossen hast ach verdammt ist mir so schlecht 7.5 das ist ja großartig dort wo du hingeschossen hast genau dahin wurdest du dann hin teleportiert das war extrem episch was zur hölle was war das denn auch kommt schon kinder da habe ich dann doch gesehen dann ach den leg habe ich gesehen älter schwede aber übel mein nicht vorhandenen skill den habe ich auch gesehen alter schwede ich bin ja grausig schlecht die letzten beiden runden habe ich sogar beide gewonnen sobald die aufnahme an ist sauge ich wieder die hölle nur um das zu beweisen werde ich vorhin die beiden dinger hin klatschen so aaaah satellite oh satellite ist das beste was es gibt da hatte ich neulich nur 15er killstreak mit denn damit siehst du erst mal jeden und dazu muss er nicht schießen was dich aber nicht davon abhält schlecht zu sein so meine fresse hier so ja ich weiß nicht die kommande denn hatten dass es nur bis aber ich mag es es ist einfach praktisch was zur hölle wo ist er denn hin so herzlich nein vorlaut es ist mega assi man sieht überhaupt nichts ich will sterben kann schon der tötet mich keine Ahnung alle anderen denken sich jetzt bestimmt what the fuck ich will den wichser ab au ahahahahaha mit heaven punkt notch punkt ah das ist ja grell also alle leute mit epileptischem anfäll gedingsling sollen sich jetzt bitte verziehen denn gibt es teilweise sogar noch heftigere sachen als nur hier heaven ah ah das geht auf die augen ey das ist echt nervig ich frage mich immer mit wem ich spiele wenn wenn man dann einfach so hinlaufen kann und menschen messern mann 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 ich dachte mir ich wäre schlecht so ja ähm ich habe mir doch sicher irgendwas überlegt nein habe ich eigentlich nicht so spontanität for the win äh äh user frage in die kommentare spielt ihr auch also spielt ihr COD insgesamt spielt ihr ich dachte ihr werdet schon Computer spielen sonst würdet ihr ouch da hab ich gedacht ich kann den Messern fuuuu okay ähm Arschloch äh ich denke mal ihr spielt schon Computer aber was spielt ihr denn so spielt ihr COD oder spielt ihr ah 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 oder spielt ihr eher Battlefield oder spielt ihr überhaupt Shooter ich meine keine Ahnung kann ja sein entweder ihr seid arme Kämpfe so oh god da unten habe ich eine AP Anzeige okay das wird interessant ähm also ich meine spielt ihr Shooter wenn wenn ja oder wenn ja was für welche natürlich das interessiert mich immer brennend was meine Abonnenten so spielen hey da ist sowas aufgetaucht oder? bin ich behindert? okay ich bin behindert und ich will nicht vom Erd das zeigt die Dingelingsten werden ähm no 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 hm egal ich habe ich nur gerade eben gefragt wer oder was mich da gerade eben angeschossen hat so was sind denn die ganzen Gegner hin? na ja wie gesagt was spielt ihr wie lange spielt ihr überhaupt schon? ja oh Commander mit Kommando Pro ist das jetzt ist das jetzt gut oder böse oder was ist das jetzt? ist das jetzt ich kann auf nein ich kann nicht auf die Entfernung messern Special ach ja genau das bedeutet ich kann hier nur Special Granaten werfen was ich vielleicht mal hätte bei der hearing das ist glaube ich awesome wenn wir gerade nicht am Scheiße labern ist so wie ich die ganze Zeit so you've taken revenge also 21 17 das geht doch dann läuft bitches das läuft nö vor dir laufe ich weg hab ich gar keinen Bock drauf hab ich gar keinen Bock drauf hab ich gar keinen Bock drauf geht doch nein ich werde nur Filter sein nein oder so ach Gott bin ich schlecht die Fleckt was zur Hölle bei der einen ach Gott ich werde ja mal schlechter hier das kann ja wohl nicht angehen vielleicht zeige ich gleich noch eine Runde das finde ich ein bisschen ne das finde ich nicht so doll das finde ich ja nicht so doll ähm ja also beim 1er gab es ein paar andere coole Klassen zum Beispiel wo du hingeschossen hast sind dann zum Beispiel irgendwie so ähm na wie heißt das Airdrops hingefallen nicht Airdrops wie heißt das hier Care Packages die dann neue Gegner schlagen das ist ziemlich cool ähm ja wie gesagt der Telekinese aber das Problem ist auf dem Version 1er also auf dem Version 1 von Roll the Dice ähm da ja da 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 ist im Moment niemand drauf deswegen keine Ahnung oh Counter Strike is awesome weil man da die Gegner um einiges besser sieht wenn es gerade nicht laggen würde Night Vision jo was ist das denn und schon wieder Counter Strike okay okay vergesst es ich werde euch nicht diese Map zeigen tschüss so da sind wir wieder auf Vacant wakant NEIN und direkt zu Anfang so Brexberg alter ähm ja das andere Game wollte ich euch nicht zeigen äh keine Ahnung weil ich ich fucking schlecht war und sowas muss dann ja wohl auch nicht sein oder ah mein Blackouts Blackouts saugen ich glaube aber dieser Perk hier dann irgendwann auch wieder aufhört Ah Boom Headshot oder so so äh hätten wir das geregelt äh da ist ne Dingeling hier ja nachdem das free for all ist hasst dich hier wow 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 hassen sich hier alle gegenseitig wollte ich sagen mhm 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 aber ich weiß nicht warum ich so schnell bin ich dachte nämlich eigentlich nicht dass ich Dingeling hier eingepackt ach verdammt eingepackt hätte you're flashing was soll das heißen ja ja ich renne einfach nur wieder weg von ihm das kannst du ja gleich wieder vergessen wenn ich ein ganzes Magazin auf ihn raufballere und er nicht stirbt vergiss es aha okay ich bin also flashend okay bedeutet ich mach kein wow schaden okay damit kann ich einfach allem entgehen indem ich einfach mega schnell wegrennen okay ja extra speed das ist natürlich awesome äh 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 auch wenn das irgendwie aussieht als hätte ich irgendwie so ja 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 harte spastischen ja was geht denn ab no spraying ach Gott wenn sein wir wenigstens irgendwie so ein bisschen Ammo für die jetzt wollte ich schon wieder schießen hier ha 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 so unlimited ammo ja erst what the fuck ich bin fett na na vielen Dank was zur Hölle god außerdem überzieht man da so ein bisschen unlimited ammo geht doch unlimited ammo ach dammit und turtle ja also im Moment sind hab ich nur so also unlimited ammo ist awesome weil man da einfach nur die ganze Zeit verdammt nochmal drauf halten kann aber ähm turtle ist keine Ahnung ich check das nicht ich check den Sinn dahinter vor allem nicht so da ist doch einer es hat mir mein Ding ins gesagt dass da einer ist man komm her aha da bist du also und ich feile ha 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 oh hardcore aber das ist nicht so awesome weil man im Gegensatz zu hardcore nämlich auch kein also nichts hat also null so ja special na fühlt sich geflasht so ja ich hab irgendwas getroffen au 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 das war bestimmt ich selber du bist doch ich geh weg au ich glaube man kann ich glaube man kann what the fuck was das denn okay äh ja die Flash da gibt's so ein paar Leute die können das ganz toll ich nicht so ich hab 11 10 oh Gott oh oh naja okay no no Aids no Aids am Welt Aids Tag das finde ich sehr schön nein oh 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 mir fällt spontan noch etwas ein was ich euch fragen könnte und zwar ähm ah 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 ich darf nicht zoomen aha okay ähm und zwar ich habe weil ich awesome bin erstmal 100 Euro von meinem Großteil bekommen weil ich Geburtstag hatte nein nicht hatte sondern haben werde und zwar morgen also beziehungsweise ich habe 150 Euro bekommen 50 Euro davon habe ich schon wieder abgegeben meine Mutter weil ok weil ich mir noch was anderes kaufen will aber die Frage war jetzt was wollt ihr denn von mir nachdem ich 100 Euro habe kann ich mir ein bisschen was leisten was wollt ihr denn äh von mir zum Beispiel sehen also irgendein Game das ihr unbedingt haben wollt keine Ahnung My Little Pony oder so ein Crap weiß ich nicht wollt ihr das also wollt ihr sowas von mir ach schon wieder No Aids No Aids gibt es nicht irgendwie auch Aids Kinder ja gibt es ne so was heißt das Anti-Depressions- Spasten oder so so keine Ahnung oh 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 om nom 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 bum haaa gemessert also bum zack zack bum äh äh ja irgendein Spiel was ihr vielleicht haben wollt also unbedingt so so ich will unbedingt äh Hase und Pony haben sich ganz arg lieb sehen oder so keine Ahnung kann ja sein dass ihr alle so behindert seid und sowas sehen wollt und äh da wollte ich euch ganz einfach fragen ob ihr da nen Vorschlag habt für mich so von wegen Mii 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 mach das Spiel du Wixxer NACH ich bin so schlecht COD4 diese Klasse ich check nicht warum die COD4 ist das rall ich nicht vielleicht weil man genauso wie ein COD4 äh äh lauf da durch du Spast nein ehrlich man ich hab keine Ahnung was ich auch nicht verstehe warum manche Menschen campen also ich meine ich bin eher der Russia Troop denke ich mal und ich kann campen einfach nicht abhaben ich finde das langweilig außerdem wird man dann von allen Kindern auf dem Server gehasst was ist wo ich dann meistens nicht so drauf stehe ha 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 nein ich glaube ich will auch niemals also ich camp vielleicht manchmal so hehehehe wenn ich sniper aber ach das nicht wirklich das gibt gar nicht ich hasse campen es ist langweilig und es saugt so ach was war das denn hier Arschloch so er trifft mich nicht ach und dann kriegt er mich wo uoah hey was war das denn Oh Gott, negativ. Ja, und Drogen genommen auch noch. Ohohoho. Ja, genau. Ah. Alter Schwede, wie krank ist das denn bitte? So. Der Musik nach. Ah, 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 böse. Dürfte unser liebes Spiel gleich so vorbei sein, wollte ich sagen. Aber nein, darf ich ja nicht, ne? Gott, ich sauge, ich sauge. Immer wenn die Aufnahme an ist, dann sauge ich so hart. Ah. Game more, game more, game more, what the fuck? Was geht denn mit den Entwicklern? Also, ich versuche noch mal. Ah, lag. Ich versuche noch mal, auf den anderen Server zu kommen, ja. Nein, ich versuche noch mal, auf dem anderen Server ein paar Games zu machen und so, und die dann vielleicht sogar hochzuladen und dann bin ich nachher gucken. Also, die Frage war, wollt ihr irgendein Spiel und noch irgendeine andere Frage, die ich aber schon wieder vergessen habe und wieder kommt Scrap, ja, deswegen höre ich jetzt auf. Tschüss. Also, abonnieren machst du mir und viel Spaß haben. Tschüss.